Nachdurst – Natursekt gegen den Kater Während Jeanette im Konferenzraum auf die Rückkehr des Chefs wartet, quält ihre übervolle Blase sie extrem. Als sich die Tür endlich öffnet, erscheint wieder Erwartung ihr Kollege Marlon, der sich die reizvolle Chance nicht entgehen lässt. Schließlich muss der Nachdurst nach der Wochenendparty ausgiebig gestillt werden. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de